Bisher bei Revelations 2. Heiliger Wimmer! Ist mein Leben geil! Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Oh, ich aktiviere das Virus! Claire, kommt drauf aufs Dach! Guck, wir sind die Schwestern. Oh, mein lieber kleiner Grigor. Nicht schuld. Claire ist Mädchens weg. Neura wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Barry, es ist direkt nach vorne! Oh, ich habe auf dich gewartet. Stopp! Na, das nenne ich mal aufliches Einparken. Ich und Maura wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Zwei Mesters. Resident Evil 2 Revelations. Episode 3 Das Urteil. Claire. Was gefunden? Meine. Keine Spur von ihr. Was ist wohl passiert? Moira! Schau! Hier ist eine Nachricht. Da steht, geht zur Fabrik. Und auf einer Skala von Schwachsinn so glaubhaft? Sie ist von Neil. Sie ist echt. Okay. Auf geht's zur Fabrik. Natalia ist verschwunden. Jemand hat sie geholt. Wie können wir das Mädchen verlieren? Ich hab sie nicht mal nach ihrem Namen gefragt. Vielleicht hat sie sich versteckt. Wir können auf dem Weg nach ihr suchen. Geht doch lieber in den Turm, Mann. Naja. Jetzt sind sie schon am Ziel und können hier die Aufseherin stellen. Aber nein, sie laufen wieder weg. Okay. Jetzt beginnt erstmal wieder die große Sucherei. Vielleicht finden wir ja hier wieder irgendwas. Es bietet sich auf jeden Fall an. Auf dem Schlepper, unter dem Schlepper. Nein. Irgendwelche Viecher hier. Scheint nicht so. Also, äh, Claire, warum würde der Boss hierher kommen? Weiß nicht. Neil hat seinen eigenen Kopf. Okay. Nichts. Absolut nichts gibt's hier. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich finde irgendwas. Na ja, gut. Dann gehen wir weiter. Oh. Na toll. Den Rückweg können wir vergessen. Hier ist auch eine Kiste. Wenigstens finden wir etwas Munition. Das passt ja. Vielleicht findet man auch noch was mit Moira. Aha. Warte, 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 warte. Da war was. Perfekt. Pistolen Munition. Was hat denn Moira grad noch? Okay, das können wir gleich mal übergeben. Perfekt. Kann man gleich mal weiter suchen. War da grad noch was? Ne. Sonst glänzt hier nichts mehr. Ach, das ist nur Gras. Ich dachte, da hinten wackelt ein Kopf. Aber... Das ist nur das Gras, das hier so durchwippt. Hier irgendwas. Ich hab das Gefühl nicht los, dass da jetzt gleich hunderte von Gegner kommen. Was war alles? Willkommen im Kierling. Wo alles sein Ende findet. Die schon wieder. Als hätte sie überall Augen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sei vorsichtig. Oh yeah. Türen. Mit roten und grünen Lichtern, das ist gar nicht gut. Was ist denn das? Eine Statue. Ist das... Ein Ausweis? Das gehört Neil. Seht Prometheus, der für den Götterhaupt an einen Felsen gefesselt wurde. Sehr schön. Wo ist Neil? Wenn ihr ihn wiedersehen wollt, müsst ihr dem Schafott der Götter trotzen. Was? Dem Schafott der Götter. Was heißt das? Wir müssen uns beeilen. Neil braucht mich. Er braucht dich? Mhm. Suchen wir drinnen. Hehehe. Ah. Claire steht auf Neil. So, so. Trotzdem gucke ich mich hier noch um. Vielleicht finde ich hier noch was. Aha. Sehr gut. Ein bisschen Alkohol. Was ist das? Ein Retina-Scanner? In einer Fabrik? Verdammt nochmal! Das Ding lässt uns nicht durch. Was bedeutet, wir brauchen den Augapfel von jemandem. Hurra! Hä? Vor allem den Augapfel, ne? Yeah. Nice. Das ging schnell. Oh, Maschinenpust... Pistolen... Munitionhalter. Oh, fett. Fett, fett, fett. Okay. Ich glaube, sonst finden wir hier nichts mehr. Wo hier in der Ecke vielleicht? Komm mal her, Moira. Leuchte mal hier rein. Nein? Nix. Okay, da glänzt nix. Hier in der Ecke noch? Komm. Glänzt hier was? Nein? Okay. Dann rein. Nix. Nix hier. Na, glänzt doch was. Ha! Wusste ich's doch. Etwas Pistolen-Munition. Auch nicht schlecht. Hm. Das war mal eine Fabrik. aber was hat sie hergestellt ja ich weiß ja mal gucken haben wir irgendwas neues haben wir nicht irgendwas neues einbauen können wir nicht wenn wir nichts bekommen schade revelations 1 habe ich irgendwie so das gefühl gehabt dass man mehr bekommen hat als jetzt in revelations 2 aber ja was soll's fleisch ist das eine metzgerei eine russische metzgerei oder ist das was ist das hier moment oder karten plan oder so plan vom gebäude wäre auch nicht schlecht gucken wir erst mal wir hier reinkommen tatsächlich wo wo zurück 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 ja ja blende ihn kann ich ihn schön kill da da stirbt stirbt bei biegen fleisch und wurst hast du hunger was zum teufel was ist denn jetzt los scheiße ja steht er einfach auf und verwandelt sich in so ein fack wie ich wo explodiert na super das fleisch kann ich vergessen zu essen chemikalien war auch mal was nehmen rechts oder links rechts oder links jetzt auch noch die treppen nach oben ich weiß gar nicht wohin ich gehen soll hier könnte sich noch irgendwas verstecken nein nichts wirklich aha doch wusste ich doch gut okay das wird sicherlich verschlossen sein sag ich doch ach so achso Oh, sind hier die Toiletten. Bandagen. Moira. Gut. Geh mir aus dem Weg. Okay, die nächste Toilettentür. Okay, die Toilette ist auch nicht besetzt und die auch nicht. Gott sei Dank. Aber vielleicht gibt es hier irgendwas noch Glänzendes. In der Toilette vielleicht? Nein. Nein. Hier gibt es nichts. Was war das gerade für eine Durchsage? Hier liegt was auf dem Tisch. Alles russisch. Kann man wahrscheinlich nicht entziffern. Dann gucke ich mal, ob ich hier durchkomme. Oh, eine Flasche. Moira. Gut. Auch verschlossen. Alles klar, dann müssen wir auf Schlüssersuche gehen. Und wahrscheinlich im ersten Stock. Noch ein Retina-Scanner. Verdammt. Ziemlich untypisch für eine Metzgerei. Oh, der da drinnen sieht aber auch nicht mehr gesund aus. Aha. Eine Waffe. Hoffentlich steht der nicht auf und überrascht uns. Gehen wir da entlang. Oh Gott, der bleibt sicherlich nicht liegen. Auch verschlossen. Natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Natürlich. Hier geht es auch runter. Ja gut, dann gehen wir halt als erstes runter. Komm schon. Ach, verdammt. Verdammt. Ähm. Äh, ja. Hier ist auch verschlossen. Hier war auch verschlossen, ne? Hab ich das überhaupt schon getestet? Ja, ne? Ja, ist auch verschlossen. Ah, wie sieht es denn hier aus? Aber das sieht auch verschlossen aus. Oder auch nicht. Ein Schlüssel. Schau, die Decke! Oh. Oh. Okay, okay, okay. Eine Perle und einen Schlüssel. Also den Schlüssel sollte ich wahrscheinlich nicht als erstes nehmen. Das ist eins, was sicher ist. Oder? Verdammt. Den Schlüssel oder die Perle? Was meinst du? Die Perle, oder? Okay, nimm mal die Perle. Oh, nimm den Schlüssel! Ja! Oh Gott! Jetzt bloß wieder rein! Oha, okay, 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 okay. Wir müssen irgendeinen Ersatz finden. Wenn die aber die Perle nehmen... Mist. So ein verdammter Mist. Ich muss echt mal gucken, äh... Das könnte ich zum Beispiel gleich mal übergeben. Da habe ich schon wieder ein bisschen Platz. So, jetzt kann ich hier... ...bisschen rumprobieren. ...bisschen rumprobieren. Ich hätte eine Idee. Er gibt den Schlüssel nicht her. Aber er ist ziemlich weit oben gelegen. Deswegen ducken wir uns jetzt einfach mal. Und warten... ...bis der Adler... ...bis die Stacheln auf den Adler treffen. Okay, das war's. Yeah, nice! Geschafft. Oh ja, ein einfaches Rätsel. Okay. So, wir haben den Schlüssel. Was zum Teufel war das? Oha! Oha! Oh Gott! Oha, 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 oha! Oha! Es fängt schon wieder gut an. Es fängt schon wieder gut an. Oha, hinter mir auch noch. Ah, bleib losliegen. Bleib losliegen. Und du genauso. Ja, genau. Hack ihn zu. Oha! Los, hack auf ihn ein. Los! Oh, pass auf die... ...pass auf den Fettsack auf hier. Das war der Rücken. Oha! Ich sehe nichts mehr. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Oh Gott, nein! Boah! Ah, lass ihn Ruhe! Scheiße, ich hab... Hast du irgendwas? Boah! Ich blute, Mann! Ich sehe nichts mehr! Koscher, das Viech... ...will einfach nicht down gehen. Okay. 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 Nichts. Absolut nichts. Shit. Ist natürlich schlecht. Genutzen. Okay. Sehr gut. Mist. Wir brauchen eine Pflanze, eine Pflanze. Ah, das gebe ich mal ihr... ...oder ich kombiniere. Und dann kombiniere ich mit dem hier. Sehr schön. Äh, ja, wir haben einen Schlüssel, aber... ...wir haben keine Heilung. Alter, das ist echt kacke. Ein bisschen. Wo kamen die denn plötzlich her? Von der anderen Seite verschlossen. Nein, nein. Gehen wir mal hier durch. Find ich hier irgendwo was. Hier sind die Türen offen. Hallo? Mal gucken, ob du was findest, Moira. Komm. Nicht sowas. Ich brauche eine Pflanze. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Ah, ah. Nein. Nein. Jawohl. Gleich auf Anhieb. Gutes Mädchen. Trotzdem brauche ich... ...Pflanze. Bitte. Keine Pflanze. Fuck. Wo, was? Wo, wo, wo? Wie, wo? Wann? Kommt da was, oder ist das? Was liegt hier? Nein. Vorsicht! Und weg! Oh! Pass doch besser auf. Mensch. Was, noch einer? Ah, die werden jetzt alle zu so Viechern. Junge, Junge. Fuck, ich brauche Energie. Und das schleunigst. Was, ich kann keine Flasche mehr nehmen. Echt? Ist die so voll? Jetzt habe ich die... Ah, warte. Muss ich das hier übergeben? Hä? Das kann ich doch kombinieren, oder? Ne. Nicht nur mit Alkohol kombinieren. Oh, nein. Es sind noch mehr. Komm, Schnucki, komm! Schön in die Fresse. Hässlicher Bastard. Stirb, bleib liegen. Bleib liegen. Alter, diese Musik, die macht mich irre. Da steht einer. Da drin steht einer. Ich habe ihn eingenebelt. Hallo? Fuck, ich war zu nah dran. Ich brauche eine Pflanze, Mann. Oh, nein. Alles gut? Bleib doch nicht stehen. Kacke. Da. Da. Gott sei Dank. Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. Ist hier noch irgendwas? Glänzt hier irgendwas? Ich habe gar nicht geguckt. Ne. In den Toiletten ist nichts zu holen. Da drin auch nicht. Aha. Monative Cocktail. Toll. Kartons und Sessel und so. Versperren den Weg. Wir brauchen aber auch das Auge. Natürlich. Für den Retina-Scanner. Hä? Hier kommen wir jetzt durch. Okay. Auch nicht schlecht. Computer. 1900 vor dem Krieg. Da. Ne. Munition. Warum finde ich so viel Munition? Das ist nicht gut. Nichts drin. Auch nichts drin. Nein. Ah. Okay. Da. Ding. Jawohl. Eine Pflanze. Sehr gut. Was ist das? Achso. Ist hier noch eine Schublade? Aha. Ding. Ein Rubin. Hier ist noch eine Schublade. Leer. Verdammt. Okay. Sonst war hier nichts mehr, ne? Absolut nicht. Gut. Dann raus. Jetzt muss ich mir noch schnell das Auge holen. Okay. Ach verdammt. Wir können uns gar nicht das Auge holen. Scheiße. Wie sollen wir das machen? Wir müssen ein Ersatzteil finden. Ein Ersatzauge sozusagen. Also gut. Dann benutzen wir den Schlüssel mal. Da steht schon wieder einer. Hey Mann. Man kann auch Türen benutzen. Penner. Bleib still. Bleib liegen. Komm. Bleib liegen. Penner. Oh, was? Oh, der hält aber viel aus hier. Fuck. Mich wieder erwischt. Drecksack. Keine Chance. Achso. Ne, toll. Jetzt bin ich wieder hier unten. Bei dem vergammelten Fleisch. Aber egal. Ich habe ja einen Schlüssel. Jetzt komme ich hier rein. Was ist das? Eine Büste. Oh. Pflanze. Sehr gut. Moment. Fußspuren. Okay. Nehme ich erstmal die Pflanze. Steht hier. Okay.